Hätten schwirren können! Oh! Fuck! Ah, ich bin eine lebendige Kamera? Ehemalige Südafrikasöldner. Scheiße! Boah, wie, wie? Das ist voll gemein! Wie soll ich das denn schaffen? Tod. Muss ich wieder ganz von vorne anfangen? Ja, ne? Blumen wird wissen, dass ich hier bin. Ich muss weg. Ich hatte große Erwartungen... Der Profitzug hat mich platt gewalzt. Ich wusste, wir machen etwas Bahnbrechendes. Aber bei dem Ding war von Anfang an der Wunde. Jetzt ist es zu spät. Und das zieht die US zu groß. Das ist ja echt ätzend. Sind wir mal ganz ehrlich? Das ist echt ätzend. Das ist echt ätzend. Das ist echt komisch. So, das war ganz... Das ist immer ein guter Plan. Ist irgendwas? Voll. Das ist immer ein guter Plan. Okay. Hm. Hm. Gehst du da rein? Geh mal bitte da rein. Geh mal bitte da rein. Geh mal bitte da rein. Moment was, was war das? Schau mal! Such da drüben! Achtung! Ich seh hier nichts, ich guck mal woanders nach. Alles sauber, ich geh da lang. Ich hab hier nichts, ich geh da rüber. Okay. Oh! Fuck! Kannst du bitte hier zu machen und, äh, xxxx? Toll! Toll! Das fehlt mir noch! Verdammt, ist gerade die Security Convention in der Stadt? Ich hab noch nie so viele Wachen gesehen. Okay. Okay. Hier! Dich können wir noch sprengen? Hm. Kommt mir bekannt vor! Shit! Scheiße! 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 Keine Zeit verlieren! Sucht! Zeit abzusuchen! Hier ist nichts zu sehen, ich geh weiter. Ähm... Ah, hier kann ich Leute anlocken. Hier ist alles sauber, ich suche woanders. Und dann hab ich den schon mal eingeschlossen. Und dann hab ich den schon mal eingeschlossen. Was?! Nein! Nein! Warum?! Warum?! Ich war so gut dabei! Nicht nachlassen! Na wenigstens muss ich jetzt nur hier anfangen. Verdammt, ist gerade die Security Convention in der Stadt? Ich hab noch nie so viele Wachen gesehen. Was ist los? Raymond Kent. Wer kann nicht sein? Er? Was behaupten Sie jedenfalls? Wusstest du, dass mein Dad mit ihm gearbeitet hat? Ich meinte, er war mürrisch, aber wenn man ihn besser kannte, war er einfach nur ein Hattchen. Also dann kennt ein Dad vermutlich keins seiner Hauptnissen. Die schließen wir schon mal ein. So, Kamera. Ähm. Ah, nur da oben. Warte? Ah. Wow! Ah! Spatzel, könntest du mal irgendwie hier rüberkommen? Warte, guck mal hier! Ja, haltet mir Augen offen und kommt mal bitte näher. Guck mal hier! Kommt doch mal ein Stückchen hier ran, alter! Damit ich euch schön in die Luft sprengen kann! Wer war das? Oh oh! Oh, da ist noch einer! Kopfschuss! Nachladen! L! Ah! Da! Fuck, 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 fuck! Da! Da bist du! Ich seh' dich! Ahhhh! Nein! Nein! Warum? Oh! Wie viele rennen die da rum bitte! Das gibt's doch nicht! Ich krieg die nicht angelockt! Die sind voll scheiße, die Leute! Okay! Okay! Okay, ich bin anscheinend echt schlecht in dem Spiel! Verdammt! Ist gerade die Security Convention in der Stadt? Hab noch nie so viele Wachen gesehen! Warum bist du nicht tot? Jetzt vielleicht? Dass ich euch beide kriege? Nicht zu wenig geh weiter! Ja! So, Kamera! Komm rein! Komm! Put, 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 put! Put, 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 put! Fein! Ist immer noch einer drin! Scheiße. Darf ist keiner hier oben?